Die Funktion Strip Silence in Logic Pro X ist assbach uralt und ich kenne kaum noch jemanden, der diese Funktion benutzt. Allerdings ist sie für manche Aufgabenstellungen perfekt geeignet und kann hier ein richtig guter Helfer sein. Welche das sind, das zeige ich dir jetzt gleich, also bleib dran. Logic Nerds, Strip Silence, wer von euch verwendet das noch? Wissen überhaupt alle, was Strip Silence ist? Wer verwendet das noch und für was? Das würde mich interessieren, schreibt es mir erstmal unten in die Kommentare. Für die, die es nicht wissen oder die wissen wollen, für was ich das anwende, ich zeige es dir gleich. Wir hören erstmal in das Beispiel rein und dann zeige ich dir, um was es geht und wie ich diese Funktion Strip Silence anwende. Also geht los, wir hören mal rein. Schöne Delay-Fahne, ja. Ist nicht Thema heute, aber trotzdem, wollte ich gesagt haben. Klingt auch alles schon ganz gut, aber wenn wir jetzt diese Einzelspuren hier uns anhören, ich gehe mal hier in das Rack, Tom, dann wirst du ein paar Problemchen hier bemerken. Das ist die Rack, Tom, Spur. Ja, hast du ein Rack, Tom gehört bis jetzt? Nee. Was du aber siehst, sind sehr, sehr viele Wellenformen und das Rack, Tom, das kommt hier zum ersten Mal. Hören wir mal rein. Das ist die Rack, Tom, Spur. Also es wird sehr, sehr viel aufgenommen und ab und zu eben auch mal dieses Rack, Tom. Wir können mal hier noch reinhören. Ein bisschen Übersprechung von anderen Spuren ist ganz normal, aber das ist wirklich sehr heftig. Und wenn wir jetzt in die Floor, Tom, Spur hier reingehen, also das Tom, das rechts vom Drummer steht, manchmal auch links, je nachdem, ob er links oder rechts händer ist oder wie auch immer, das hat dasselbe Problem. Das war der Floor, Tom, Schlag. Der Rest war nur Bleed oder Übersprechen von anderen Mikrofonen. Also das ist schlecht, weil wenn ich jetzt dieses Gesamtschlagzeug bearbeite, dann habe ich hier sehr schnell einen verwaschenen Sound, weil über das Rack, Tom, über das Floor, Tom und bei der Snare Jump ist glaube ich auch relativ viel Übersprechung noch drauf. Er kriegt dann einen total verwaschenen Sound, weil jedes einzelne Mikrofon das komplette Schlagzeug mit aufnimmt und das ist einfach nicht gut. Jetzt kann ich natürlich Folgendes machen, um hier diesen Noise Floor, diesen ungewollten Noise Floor, oder diese Grundgeräusche, die ich nicht möchte, um die zu eliminieren. Ich könnte zunächst mal jetzt natürlich ein Noise Gate einsetzen. Über dieses Noise Gate oder über die Threshold, den Schwellwert des Noise Gates, kann ich jetzt festlegen, was dieses Gate, Gate ist Englisch für Tor, was dieses Tor, wann dieses Tor aufmacht, also welche Sounds es durchlässt oder ab welcher Lautstärke es Sounds durchlässt und wann es wieder zumacht. Wenn ich jetzt hier rumspiele, kann ich damit schon ganz gute Ergebnisse erzielen, sodass ich nur das Tom höre, dieses Rack Tom in dem Fall, und die anderen Geräusche, den Rest, was es aufnimmt, dass ich das nicht mehr höre. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen mit der Threshold rumspielen, wie stark es reduziert wird und hier Attack, Hold und Release ist, wie lang bleibt das Tor sozusagen offen, wie schnell schließt es, so ähnlich wie bei einem Kompressor. Probieren wir hier ein bisschen rum, wir schauen mal, wo das Tom spielt, dann können wir hier gucken, dass wir hier auch richtig treffen. Ja, jetzt hörst du nur noch, jetzt hören wir hier schon nichts mehr. Müssen wir das Tom noch hören. Okay, waren jetzt noch da. Ja, das ist jetzt schon mal ganz gut gelungen. Ich habe jetzt praktisch den Noise Floor, also das aufgenommene Schlagzeug, habe ich jetzt hier eliminiert, indem ich die Threshold so weit runtergehe, gezogen habe, dass praktisch nur noch diese Schläge, die sieht man hier deutlich, es funktioniert manchmal besser, manchmal nicht so gut, aber hier sind die Schläge von dem Tom recht laut, kannst du hier auch in der Wellenform sehen. Die kommen jetzt noch durch und der Rest wird eliminiert. Zack, da macht es auf, ups, das wollte ich nicht. Und jetzt kann ich hier noch über Attack und Release ein bisschen festlegen, das war vielleicht ein bisschen nervöser Abzugsfinger hier gewesen. Ich kann das Ton ein bisschen länger auflassen, dass der Ausklang des Toms noch natürlich klingt und dass es nicht abgeschnitten klingt. Ein bisschen länger hier, du musst dir hier nicht auf die Zeiten so schauen, musst du nach deinem Gehör gucken. Ich lasse es jetzt mal so. Okay, wir können ihn wieder ein bisschen kürzer jetzt machen. Und so musst du jetzt rumspielen und da kannst du schon ganz gut den Tomsound oder die einzelnen Tomschläge hier rausarbeiten. Du wirst aber immer wieder mal Probleme haben. Ich sehe zum Beispiel hier, könnte es gut sein, dass was durchkommt, dann trotzdem... Jetzt kommt der Snare-Jump-Schlag hier durch, weil er einfach über dem Schwellwert liegt und das ist ein bisschen doof. Das kann jetzt sein, dass du da ewig rumspielen musst und das ist einfach irgendwie nervig. Und jetzt kommt unsere gute alte Oma, die Strip Silence, hier ins Spiel. Ich mache das Neues, geht jetzt mal aus und über die Strip Silence kommst du, indem du hier Stille von Audio-Region entfernen wählst. Das ist Strip Silence, Stille von Audio-Region entfernen im Arrangement-Window unter Funktionen. Und jetzt fahre ich mal den Schwellwert einfach runter. Und jetzt muss ich hier schauen, okay, wo sind hier die Werte, dass das in ungefähr passt. Die hat er mir jetzt hier rausgesucht. So vom Auge her sieht das schon ganz gut aus. Und hier habe ich jetzt die Mindestdauer für Stille, kann ich festlegen. Das lasse ich jetzt, Pre-Attack-Zeit ist, wie weit weiter vorne er aufmacht, bevor er über diesen untersuchten Wert kommt. Das ist so ähnlich, wie die Attack-Zeit beim Neues geht. Lege ich jetzt vielleicht mal ein bisschen länger fest. Beziehungsweise ist es gar nicht so wichtig, weil wir können es nachher noch anders machen. Und hier Post-Release-Zeit, also wann lässt er wieder los, wann macht er das wieder zu, dieses Tor. Machen wir mal eine Sekunde. Schwellwert habe ich jetzt minus 18 dB festgelegt. Und jetzt gehe ich auf, okay, was du jetzt siehst, nicht erschrecken, ist, dass die Hälfte oder 90% von der Spur fällt. Und wir sehen, wir sollten jetzt, wenn alles geklappt hat, nur noch die Tomschläge sehen. Und tatsächlich tun wir das. Wir haben jetzt hier nur die Tomschläge. Ja, nicht ganz, weil ich habe jetzt eine Sekunde danach festgelegt, dass er es noch laufen lassen soll. Aber er hat es mir hier schon abgeschnitten. Und diese ganze Sache, Strip-Silence, diese Funktion ist non-destruktiv. Du kannst also nichts falsch machen. Ich kann jetzt wieder Command-Z drücken und dann habe ich wieder alles da und muss dann aber einfach eben einfach neu einstellen. Aber was jetzt hier viel übersichtlicher ist, ich kann hier reingehen in die Tomspur und ich sehe hier schon, das ist jetzt, sie ist hier deswegen, das war non-destruktiv. Jetzt kann ich hier reingehen und kann hier vielleicht auch noch ein bisschen weiter, ah ne, ist eigentlich ganz gut hier, der erste Transient, den hat er genommen, von daher war es gut eingestellt. Und man kann ja auch noch ein bisschen mit Crossfades arbeiten, wenn man es ein bisschen natürlicher haben will. Jetzt hören wir uns mal den Tomschlag an. Zack, und jetzt habe ich auch diesen Snare-Drum-Schlag hier nicht mehr dabei, sondern ich habe einen schönen, sauberen Tomschlag. Ja, den habe ich jetzt eliminiert. Ich könnte jetzt, hier kommt schon der Snare-Schlag, kann es ein bisschen rumspielen hier. Ist wahrscheinlich nicht mehr so gut wie mit dem Crossfade, dass es schnell leiser wird. Ja, dass der Tomschlag so natürlich wie möglich und nicht abgehackt klingt. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Auch hier können wir, ach so, das habe ich jetzt für alle gemacht, weil ich alle markiert war in die Region. Schauen wir mal hier rein. Ja, hier kommt jetzt das andere Tom noch mit dazu. Da kannst du jetzt hier auch wieder ein bisschen rumspielen mit dem Fade, ob man das irgendwie ein bisschen natürlicher hinbekommt, zum Beispiel. Ja, so ungefähr. Hier ist jetzt einfach, kommt das Stand Tom so kurz danach über die Übersprechung mit rein, dass wenn ich es jetzt hier abschneiden würde, wäre es unnatürlich. Wäre komisch. Aber so klingt die ganze Sache wesentlich besser. Und ich finde das mit der Strip-Silence wesentlich übersichtlicher, wenn du dann visuell, weil Tomschläge kommen zumindest in den meisten Produktionen nicht so oft vor. Ihr seid in der Schlagzeugerspiel jetzt ein Tom Groove irgendwie den ganzen Song über, dann hast du es natürlich Pech gehabt, ja. Aber meistens sieht es eher so aus. Und so kannst du jetzt hier praktisch die Stille, oder wir legen fest, ab welchem Schwellwert wir Stille festlegen möchten, habe ich jetzt praktisch nur noch diese vier, fünf Tom-Schläge und muss nicht mit meinem Noise-Gate rumspielen. Das ist sehr, sehr effektiv. Du kannst das auch für zum Beispiel Backing-Vocals, setze ich es auch manchmal ein. Wobei bei Vocals musst du vorsichtiger sein. Also mit den Transienten, wenn du die abschneidest, es wirkt sehr schnell oder sehr schnell offensichtlich, wenn du da irgendwas falsch abschneidest oder den Schwellwert falsch festlegst. Aber du kannst es für Gitarren oder einfach für Spuren, in denen sehr viele Störgeräusche sind. Irgendwie wenn der Gitarrist vielleicht im Sitzen eingespielt hat und mit dem Stuhl rumrumpelt zwischendrin oder sich räuspert. Dafür ist dieses Strip-Silence super cool und es funktioniert einfach viel, viel schneller, als es mit einem Noise geht. Hat dir das gefallen? Würdest du Strip-Silence wieder einsetzen? Dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten schau dir gerne mal meine ganzen Logic-Tutorials an. Ich blende dir hier mal die Playlist ein. Da findest du viele weitere Logic-Tutorials, die dir weiterhelfen können. Gib mir einen Daumen nach oben, lass mir einen netten Kommentar da oder am besten abonnier den Kanal und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!